Hallo und herzlich willkommen zur neuen Wermann-Präsentation. Heute zeigen wir Ihnen das VITAP CNC-Bearbeitungszentrum, die K2 2.0. Es handelt sich hierbei um eine einzigartige wie auch kompakte Maschine, die sowohl in der Industrie als auch im Handwerk ihren Einsatz findet. Was macht diese Maschine so einzigartig? Da ist zum einen der sehr geringe Platzbedarf. Weniger als fünf Quadratmeter brauchen sie zur Aufstellung der Maschine, wobei aber gleichzeitig eine Werkstückbearbeitung in der Breite von 1250 mm möglich ist und in der Länge von theoretisch unendlich. Die Maschine fördert das Werkstück mit einem patentierten 2-Klammer- Spannsystem durch die Maschine. Dieses 2-Klammer- Spannsystem agiert wie zwei Hände und kann das Werkstück ansatzfrei ohne Stopp durch die Maschine fördern. Das heißt, wenn Sie eine lange Seite befräsen, Nuten, kann das in einem Durchgang erfolgen, ohne dass das Aggregat während des Nachfassens der Spannzangen absetzen muss. Das macht die Maschine weiter interessant. Die Maschine kann Werkstücke formatieren, ringsherum. Dafür steht ein leistungsstarker 5-KW-Fräsmotor zur Verfügung. Das Fräsaggregat kann auf einen linearen Vierfachwerkzeugwechsler zugreifen und gibt Ihnen damit weitere Bearbeitungsflexibilität. Zwölf einzeln abrufbare Vertikalspindeln und insgesamt acht einzeln abrufbare Horizontalspindeln stellen Ihnen eigentlich alle Bohrmöglichkeiten zur Verfügung, die Sie für Ihre Korpusbearbeitung benötigen. Sollte es einmal vorkommen, dass ein Werkstück in der Länge nicht hundertprozentig das Maß aufweist, was es laut Liste sollte, jeder Praktiker kennt, dass das eher die Regel als die Ausnahme ist, dann hilft Ihnen auch hier die K2, nämlich mit einer automatischen und lasergestützten Längenvermessung der Werkstücke. Die Maschine erkennt Längentoleranzen in der Platte zum eigengegebenen Sollmaß, vermisst diese und passt dann automatisch auf Wunsch im Randbereich die entsprechenden Konstruktionsbohrungen daraufhin an. Das heißt, letztendlich passt der Korpus immer. Boden und Seite passen. Die Steuerung der Maschine ist modern, übersichtlich aufgebaut, sehr leicht zu bedienen. Mit Hilfe von Makros, die man auch selber erstellen kann, erfolgt die Teilprogrammierung praktisch selbsterklärend. DXF-Dateien können ohne Probleme eingelesen werden und die Maschine lässt sich auf Wunsch natürlich auch aus ihrem Büro heraus mit den entsprechenden Daten versorgen. An der Maschine selbst kann man sich auf einem 19 Zoll großen Bildschirm die programmierten Werkstücke dreidimensional anzeigen lassen. Ich darf Sie einladen, gucken Sie sich diese Maschine, diesen wirklichen Alleskönner einmal in den nachfolgenden Filmsequenzen an. Aber noch besser, ich darf Sie auch einladen, sich die Maschine hier in Natura bei Wermann hier in unserem Showroom einmal vorführen zu lassen. Freuen Sie sich drauf, Sie werden begeistert sein. Dankeschön. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.